Was geht YouTube? Mein Name ist Rodi und willkommen zu einem, ja, kurzen, erneuten Video, aber ein neues Projekt auf meinem Kanal. Mit dabei ist Nico. Hallo. Ja, wir haben schon eine Folge aufgenommen, aber die ging mir etwas zu lang, weil wir dann so diese App feiern und so. Wir waren halt so in dieser App drin, ne? Aber jetzt reagieren wir wirklich auf was. Hier, darauf reagieren wir. YouTube-Kacke verwirrter Wesen. Wer wäre gewesen, ach du Scheiße. Spar kann mit Olaf zu tun. Lahl. So, da steht wieder einer vorm Stromkasten. Hm, Zasten. Spasten. Lahl. So, da müssen wir mal richtig, da müssen wir mal richtig, da müssen wir mal richtig. Kommt, wir wollen oder was? Ja, wieso seid ihr nicht? Ich bin doch jetzt da. Ihr könnt doch wieder wegfahren. Ne, 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 ne. Lahl. Lahl. Was war das gerade? Weiß ich nicht. 60 Euro plus Meisterschaft. Ja, 60 Euro plus Meisterschaft. Aua. Aua. Boah, Jungs hat meine Ohren gefegt. Nein, nein. Alter, das hat gerade komplett meine Ohren gefegt. Mein Gott. Ich wollte nur bei Mec. Was, irgendwas, was, bei Mec. Was, was, ich wollte nur bei Mec. Na gut. Na gut, na gut. Na gut, na gut. Na gut, na gut, na gut. Kann sie gerne Geld holen oder sie lassen sich das Geld trinken. Lahl, Lahl. Lauf da einfach deinen Maul. Lahl. Vergiss es einfach mit... ja ich bin nr der macht mich von angst Leute eine Stimme ich mag dich das sind vier Zahnschmerzen sind unglaublich Alter! er hat mich angeschissen und da hat er gelacht hat den Gehalt ab hat der Leut hat den Weg von Zahnschmerzen lol wie krank ist der in seine Schuhe wie hässlich da musste man der Opa wieder ich mag was was ja ja alles klar ja ach du Scheiße oh oh jetzt jetzt gehts ab jetzt gehts ab oh der oh nein aufgeregt loll 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 versprichst du denn? deine Liebe dann antworte bitte ebenso mit ja ich verspreche es lol diese kleine schlampe macht einen rückzieher ja und moin ich bin's wieder der Kinderstock wahrscheinlich kennt ihr mich noch aus den alten aus den alten aus den alten kranken aus dem krankenhaus ich bin zu blöden Fahrrad zu fahren echt meine Freundin die schöne Luisa lol die sollen erstmal lernen Motorrad zu fahren nein ihr habt mit fünf Mann bei mir eine Wohnung mit scheiße gebaut mit scheiße in der Fresse aber ich lass mir das nicht mehr gefallen die ganzen hohen Söhne hier nöne ihr hohen Söhne diese scheiße äh äh möchte gern äh 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 was labert der keine Ahnung ich komm nicht mit so richtig ich auch nicht gegen da was labert der denn so sieht das aus lol sooos soooos soooooos schieb er bringt mich zur verzweiflung lol schon Ende? ja schon zu Ende lol lol Aber ich musste lachen. Ich auch. Es war irgendwie so cringe, keine Ahnung. Aber wie war mein Lieben, das war es mit der ersten Folge. Wir sind mit der ersten Folge, wie gesagt, am nächsten Mal dann mit Leon oder mit Nico wieder mal gucken. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss. Und schreibt bitte in die Kommentare, worauf ihr reagieren sollt. Unbedingt reinschreiben.